die sonne wärmt der wind erkühlt ich bin ein wenig aufgewühlt doch kann ich's nicht beschreiben soll ich vielleicht besser gehen oder besser bleiben und während ich so überleg versperrt mir ein klavier den weg nun sie den einen schuh ich aus ich gehe heut wohl nicht mehr raus so muss ich nicht entscheiden und das erleichtert sehr wo ich an diesem abend eigentlich gern wär ich setze mich in den sessel zum glück habe ich nicht zwei es ist zuerst das würstchen oder doch den brei nach 15 minuten weiß ich in die wurst und verspür auf einmal einen riesen durst auf dem weg zum kühlschrank klingelt's an der tür davor stehen nicht zwei mädchen sondern deren vier sie sagen hallo süßer wir brauchen einen mann der mit nem pürierstab geschickt umgehen kann mein kinn es stürzt nach unten sie zwängen sich herein entkleiden sich und tanzen zu viert ein ringe rein die blonden engel fragen mit wem bist du zuerst ich spür in meinen länden vom samenstau den schmerz ich lechze nach der ersten die zweiten militär verzehr mich nach der dritten frau vier komm bitte her dann lege ich schweißgebadet in meinem einzelbett erwach aus meinen träumen die engelein sind weg